Bossfight-Vibes Und du? Also, wenn hier ein langer Weg nach oben ist, dann kommen erst mal eine Million dummer Pflanzengegner und blöder Schildkröten-Scheiß und sowas bevor es kommt. Oder es gibt nur eine 1G Kugel und zermatscht uns. Oh ja, oder eine Kugel und zermatscht uns. Kamerawechsel. Warte mal, ist der mit der alten die ganze Zeit da gestanden, während wir weggefegt worden sind und irgendwo ganz woanders waren. Und dann im Hotel übernacht haben. Und dann ein Doktor kam, der uns Medizin gegeben hat, was noch länger dauert hat. Und dann sind wir über Eisschollen drüber gelaufen. Und dann waren wir in dem Waldhotel bei einem riesigen Baum. Und dann sind wir durch den Wald durch und dann sind wir durch den ganzen Stand und dann sind wir durch das ganze Schloss. Und er hat sich seit dieser Anime-Szene nicht 1mm bewegt. Exakt. Und er hat immer was getrunken? Er trinkt... Schmerzen? Ja. Exakt. Er ist so damit beschäftigt, krass zu sein. Und böse. Dass er halt nicht in die Zeit vergessen hat. Jetzt habe ich gewonnen in diesem Moment. Genau in diesem Moment bin ich der Sieger. Ich habe es geschafft. Wahnsinnig krass. Ihr seid weggefegt. Was wollt ihr jetzt nur gegen mich machen? Ja. Niemand könnte mich jetzt noch aufhalten. Siehst du, meine Glorie. Ich werde diesen Moment auskosten. Und zwar so lange. Ja, so richtig lange. Ich, äh, äh... Oh nein!